3, 2, 1, drop it! Moin Leute und damit Willkommen zu einem neuen Video und zwar gibt es heute ein bisschen Casino Action in GTA Online. Kammer das neue Casino Update, also viel Spaß mit dem Video. 2,7 nenntrinkt aber gar nichts, leider. Ist voll dumm, dass man nur mit 3 Richtigen meistens was gewinnt. Komm. Ey, 2 Glocken aber bringt auch nichts. Fuck. Ja, da ist er da. Drei Kirschen, 12.500 aus 500 gemacht. Geil. Ey, scheiße, hätte ich da 2.500 gesetzt. Dann wären das fünfmal so viel. Also 75.000 oder so. Ne, irgendwie 40.000 oder so. Wäre das jetzt zu Ende bitte? Ja, jetzt gewinnt die 3. Die 3 kommt wieder. Nein, nein, nein. Die 1 gewinnt, die 1 gewinnt, die 1 gewinnt. Oh, fuck. Alter, das ist knapp. Zum Glück habe ich die Wetter vergessen. Wieder ein Einzelrennen. Ich glaube, mein höchster Gewinn war bis jetzt, bitte. Mein höchster war 3.600. 6.000 irgendwas. Boah. Ich glaube, das sind ja viel kürzer, die Einzelrennen. Ja, ja. Boah, die Nummer 2. Oh, fuck. Digga. Digga, was ist los mit meinem Pferd? Schade. Oh, wobei, meins kommt. Oh, meins kommt zu schnell, aber. Nein. Du ein Erster, jetzt kommt doch gar die 2 ein Gewinn. Ich sag's dir. 4? Als ob ich jetzt mit der 4. Nein. Schade. Oh, Nummer 3. Jawohl, die 1 gewinnt noch. Alter, war das knapp. Oh, nee, zieht die durch jetzt. Fuck. Warum jetzt? 1, 2, 2, 1. Jetzt zieht die 2 nochmal durch und dann am Ende kommt die 1 nochmal. Ich sag's dir. Guck, die 2 ist so blöd. Guck, jetzt kommt die 1. Kommt Turbo in 3, 2, 1. Ab geht der, Hase. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Ey, die Sau. Ey. Oder nee, der kommt jetzt noch ins Spiele. Lol, der wollte mich gerade überfahren mit seinem Porsche. Oh. Ja, genau. 500 Meter vor dem Ziel. Das Luciano Arsch. Verdoppelt, verdoppelt die Scheine im Casino. Hast du den eigentlichen gesehen? Wen? Achso, unser Kollege. Den. Den. Teil der Crew. Luciano sieht echt geil, ne? Wie jagen die Mew? Kibbutz. Geile Kette. Hey. Ich schläg dich erstmal. Achtung. Was? Ich hab 50.000 gewonnen. Mal rum. Wie? Ich hab grad 50.000 bekommen. Ich mach jetzt das und das. Ah, ich hab nur 10 gesetzt. Ja gut. Schwarz und 18 bis... Dings. Warte. Das ist meine Stande, ich wechsle immer ab. Also, wenn's gut läuft. Wenn jetzt schwenk ich um. Oh, ich hab jetzt aus Versehen 2.000 schon gesetzt. Oh. Ups. Scheiße. Egal. Passt schon. 2.000 auf schwarz. Bitte. 2.500 sogar. Fuck. Ich hab aus Versehen 4 mal. Ey, ich bin das jetzt verkackt. Aber wenn ich gewinne, krieg ich so 10.000. Auf schwarz? Ja. Ja, 5.500 geworden. Geil. Jetzt mach ich, glaub ich, 1.000 auf den... Ich setze jetzt mal 2.000 auf rot. 19 bis 36. Dann mach ich mal eine davon. So, jetzt wird's erstmal so rot. Was heißt 0 und 0,0? Was kann man da machen? Das sind die grünen Felder da. Siehst du die? Ach so. Lol. Die sind irgendwie 10 zu 1 oder richtig hoch. Also, wenn man da drauf viel setzt, dann gewinnt man... Assi viel. Aber die sind halt assi unwahrscheinlich. Aber wenn man da drauf setzt, dann... Puh. Verlappner verloren, wenn man da drauf setzt. Blä. Rot, 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 rot. Schwarz. Ey, ich... Schwarz war doch schon 10 mal hintereinander, gell? Ich denk's mir auch. Ähm, ein Viertel. Mann. Gib mir Ruhe. Schwarz. Ja. Ja. 2000 gewonnen. Ich mach jetzt 5000 auf Black. Ich mach jetzt wieder 1000. Boah, 5000 auf... Digga, ich mach 5000 auf Schwarz. Hoffentlich hab ich dich da nicht verzockt. Jawohl. Ab geht, der Hase. Digga, wenn du jetzt rot kommst, ich schwör... Am Ende kommt jetzt grün. Egal. Komm. Komm, jetzt schwarz. Ich hab 5000 gesetzt, Mann. Okay. Komm, bitte 5k. Ey. Auf was? Auf Schwarz. Komm, Junge. Zieh durch. Zieh durch. Ich hab auf Google. 5000. Nein. Oh. Oh. Ja. 10.000 gewonnen. Jawohl, Alter. Digga, Schwarz kam 10 mal hintereinander. Vorhin hatte ich so 20k. Alter. Voll gut. Roulette, bestes Spiel. Ich geh, glaub ich, in echt jetzt auch in den Casino. Aber... Ich hab wieder auf Schwarz. Digga, was ist das? Ey, aber eigentlich, wenn wir da jetzt sitzen bleiben, können wir eigentlich eh mal auf Schwarz. Weil das bleibt ja immer so. Das kann ja verbuggt sein, ja. Ich schwör, wir müssen das ausnutzen. Mach mal auch auf Schwarz. Nein, wenn ich jetzt auf Schwarz mach, geht's auf Rot. Schließlich bei Rot bleiben. Ich mach wieder Schwarz. 5000. Schö, ich muss das einfach machen. Dass es verbuggt gerade ist. Weil es kann niemals, Digga, in echt... Wie unwirrig... Es soll hier angeblich ein Bug gewesen sein, dass man ein unendliches Glücksrad drehen kann. LOL. Oha. Aber wie wahrscheinlich ist es denn in echt, dass 10 mal hintereinander Schwarz jetzt kommt? Jetzt mal ehrlich. Es ist halt immer 50 gegen 50. Ja, aber... Es ist ja scheinbar. Digga, trotzdem. Das ist voll krank. Das ist voll gut. 5000 auf Schwarz. Komm. Zieh. Digga, es wird chillig hier im Casino. Bitte Schwarz. Rot, rot, rot. Gut. Ja, ja, aber... Wieder 10.000. Digga, eigentlich... Ich hab eigentlich noch die Zahlen begonnen. Jetzt hör ich auf Rot. Jetzt ist es Rot. Ey, ich mach wieder 5k auf Schwarz. So. Wieder 5000 hier. Man kennt mich. Jetzt schon 40.000 mittlerweile. Ich hab gerade hier aufgenommen schon. Normal halt. PS4-Aufnahme gerade. Die ganze Zeit. Weil es so geil ist. Wieder 10k. Äh, 5k. Wie viel kann man bei einem anderen setzen, bei einem VIP-Link? Locker so 50.000. Keine Ahnung. Komm. Komm. Bitte. Ey, nice. Zählen wir hintereinander, was Schwarz. Jetzt kommen wieder. Hast du wieder 50.000 getroffen? Ja, natürlich. Ja, wo... Wieder... Ey, die 24 war doch gerade. Die 24 war eben schon. Woll, ich weiß. Ich setze jetzt auch auf Schwarz. Ich setze jetzt auf die... Ich setze wieder... Ey, es kann sein, dass es umgekehrt ist, weil wir jetzt beide setzen. Ey, warte. Nein. Oh nein. Das ist dumm. Wir hätten ein Ding machen müssen. Du hättest einfach nur noch auf Rot. Warte, ich setze dieses Mal auf Rot, damit Schwarz wieder gewinnt. Das kann echt ein Bug sein. Weil ich mach das so. Ich hab 1000 jetzt gesetzt. Also, wenn jetzt wieder Schwarz kommt, dann wissen wir, dass es ein Bug ist. Dann müssen wir einfach immer so machen. Einer macht Rot, einer Schwarz. Okay? Also abwechselnd. Dann machen wir immer 5000 auf Schwarz. Wenn das jetzt ein Bug ist. Ich schwör, das ist ja so krank. Lass einfach hierbleiben. Ganze Nacht. Dann haben wir am Ende eine Million. Nee, da. Jetzt kommt eh... Nein, ich sag, es kommt wieder Schwarz. Guck. 4000, 4000. Das hat sie mir gezahlt. LOL. Kommen wir jetzt, dass wir da tauschen? Ich mach jetzt 5000 auf Schwarz. Aber setz du 10 einfach. Ich hab ich auch gerade gemacht. Ich bin nicht glücklich. Wieder 5000 auf Schwarz. Ich glaub, es ist echt hier ein Bug, den wir hier gerade gefunden haben. Alter. Sau geil. Es kam jetzt doch gerade 13, 14 Mal Schwarz. Ich feier das so gerade. Ich hab einfach vorhin 27.000 oder so gehabt. Jetzt 45.000. Ich hab jetzt wieder 5000 auf Schwarz. Wie viel hast du gerade gesetzt? 1000. Ah, schade. Also vorhin auch? Mit Schwarz? Äh, ja. Ich setz die ganze Zeit toll. Okay, jetzt. Also außer jetzt. Ich hab jetzt wieder 5000 auf Schwarz. Jetzt verkack ich. Bitte, bitte bleib das. Bitte, bleib das. Das wär der größte. Das wär der geilste Bug ever. Forever. Komm. Ah. Nein. Wie war's? 5000 verloren. Fuck. Oh. Egal, ob das aufhört. Okay. Schade, oder? Ja, nee, nicht einer da. Schade. Also das war jetzt echt krank. Es kam 14 Mal locker hintereinander schwarz. Das kommt auf jeden Fall in ein kleines Video. Ich guck mal, bis wann man gehen kann. Das ist wie viel. Ich hab jetzt einfach fast 40.000 voll geil. Ja, man kann bis 50.000 gehen. Oh. 5.000. 5.000. 5.000. Hä, das ist ja genauso. Absolut. Ja. Die sind ja dumm. Ich guck mal, kurz. Nochmal. Oh. 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 12.000. Jawohl. Geil. Wind. Riccardo mit der Nummer 3. Digga, die Nummer 5 hat gewonnen. Scheiße. Geht einfach 19 zu 1, der Quote. Ja, das Hauptrennen. 1 oder 3. 1 oder 3. Komm, 1. Jawohl. Ja, ich krieg 5000. Aber die 5, nein. Nein, du. Ja, ich krieg 5000. Jawohl. 5000, Digga. Digga, ich... 6.000 sogar. Ich hab hier die Glücksträne. Ich klatsch sogar neben dir. Ich hab nur. Ah. Ich kann grad Leute richtig viel gewonnen. Jo, meiner hat wieder verloren. Alter. Ich schwöre, ist so dumm. Jetzt gewinnt er mit der 10 Einserquote. Auf den wollte ich vielleicht sogar setzen. Aber hab ich dann doch nicht. Aber hab ich dann doch nicht. Aber hab ich dann doch nicht.